Anleger fragen sich immer wieder, warum bei der Berechnung der Abgeltungssteuer manchmal nicht alle Verluste mit Gewinnen verrechnet werden können. Das liegt an der Systematik der Verlustverrechnungsdöpfe. Ich erkläre euch heute dieses System, ich zeige euch, was ihr womit verrechnen könnt und was nicht und ich zeige euch, wo die Bank die Verrechnungen vornimmt und bei welchen Arten ihr die Verrechnung über das Finanzamt machen müsst. Herzlich Willkommen zu einem neuen Video von Finanzgeschichten.com. Mein Name ist Matthias Schmidt und auf diesem Kanal geht es um eure Finanzen. Ja und wie immer, wenn es um Steuerthemen geht, der Hinweis, ich bin kein Steuerberater, ich bin lediglich Privatanleger und ich erzähle aus meinen Erfahrungen als Privatanleger, im Steuerrecht gibt es viele Spezialfälle, es kann also bei euch ganz anders sein, im Zweifel also immer einen Steuerberater kontaktieren. Und bevor wir zu den Verlustverrechnungstöpfen kommen, möchte ich erstmal ein paar Begriffe definieren und erklären, wann die Steuer fällig wird. Zunächst einmal, wie errechnet sich Gewinn und Verlust bei einem Wertpapiergeschäft? Der Gewinn oder Verlust errechnet sich aus dem Veräußerungserlös, also dem, was wir für den Verkauf unserer Wertpapiere an der Börse bekommen, minus den Veräußerungskosten, also den Bank- und Börsenspäßen, minus den Anschaffungspreis, also dem, was wir für die Wertpapiere mal gezahlt haben, minus den Anschaffungsnebenkosten, also den Späßen, die wir beim Kauf der Wertpapiere gezahlt haben. Das, was da rauskommt, ist unser Gewinn oder Verlust. Weiterhin wichtig zu wissen ist, es zählt der Zeitpunkt, in dem ihr die Wertpapiere verkauft. Weil ich weiß, immer wieder gefragt, gerade wenn jemand über Apps wie Trade Republic tradet. Viele sehen das als quasi geschlossenen Kreis an und denken, die Steuer wird erst fällig, wenn das Geld von Trade Republic dann zurück aufs Girokonto transferiert wird. Nein, die Steuer wird immer dann fällig, wenn ihr ein Wertpapier verkauft. Ob das Geld dann bei eurem Broker noch liegt oder ob ihr das aufs Girokonto rüber transferiert, das spielt überhaupt keine Rolle. Wichtig ist der Zeitpunkt, in dem ihr das Wertpapier verkauft. Eine weitere Frage, die sehr häufig kommt, ist, was passiert, wenn ich zum Beispiel über einen Sparplan gekauft habe oder wenn ich mehrere Einkäufe getätigt habe und damit einen Durchschnittskurs habe. Hier gilt immer das FIFO-Verfahren. FIFO steht für First-in, First-out. Also die Wertpapiere, die zuerst gekauft werden, werden beim Verkauf auch als zuerst verkauft betrachtet. Beim Broker wird gern auch mal der Durchschnittskurs angezeigt, aber der spielt aus steuerlicher Sicht keine Rolle. Es zählt immer das FIFO-Verfahren. Es gibt Möglichkeiten, wie ihr mit Depotüberträgen das Ganze umdreht. Das Ganze habe ich in einem Video zum Depotübertrag gezeigt, verlinke ich euch oben. Grundsätzlich gibt es ab diesem Jahr vier Verrechnungstöpfe und die schauen wir uns jetzt mal an. Die zwei für Privatanleger wesentlichen sind der Aktientopf sowie der Topf sonstige. Daneben gibt es seit letztem Jahr noch einen Topf für wertlose Wirtschaftsgüter, Totalverluste, sowie für Termingeschäfte. In den Verrechnungstopf Aktien fließen zunächst einmal die realisierten Kursgewinne von Einzelaktien ein. Kursverluste, die ihr mit Aktien erzielt, dürfen nur mit diesem Topf verrechnet werden. Hattet ihr am Ende eines Jahres mehr realisierte Verluste als realisierte Gewinne mit Aktien, steht in diesem Topf ein Minus. Die Bank trägt das Minus automatisch ins neue Jahr vor. Hier müsst ihr nichts machen. Verluste werden zeitlich unbegrenzt vorgetragen. Wurden aber netto Aktienkursgewinne im abgelaufenen Jahr versteuert? Für die Bank, die steuern ab und setzt den Verlustverrechnungsdopf Aktien zum Jahresende wieder auf Null. Also ihr könnt Gewinne nicht in die folgenden Jahre mitnehmen. Die werden am Jahresende versteuert und sind final versteuert. Im neuen Jahr geht es mit Null wieder los. Der zweite wichtige Verlustverrechnungsdopf ist der Verlustverrechnungsdopf Sonstige. Hier fließen zunächst einmal alle Erträge wie Dividenden, Zinsen, Erträge von ETFs und Fonds wie Kursgewinne und Ausschüttungen, Erträge von Zertifikaten und Optionsscheinen sowie die Vorabbauschale ein. Interessant wird es nun bei Verlusten aus ETFs, Fonds, Zertifikaten und Optionsscheinen. Diese werden zunächst einmal mit dem positiven Salten im Verlustverrechnungsdopf Sonstige verrechnet. Bleibt dann noch was übrig, werden auch Aktiengewinne mitverrechnet. Dann kommt ein eventueller Freistellungsauftrag und erst dann werden sie als Verluste im Dopf Sonstige vorgetragen. Wenn ihr Dividenden von ausländischen Firmen bekommt, wird euch oft ausländische Quellensteuer abgezogen. Die ersten 15% sind dabei meist anrechenbar. Diese anrechenbaren ausländischen Quellensteuern werden im Quellensteuerdopf gesammelt. Verbleibt nach allen Verrechnungen und nach dem Sparerfreibetrag noch eine zu zahlende Kapitalertragsteuer, dann ist der Saldo aus dem Quellensteuerdopf verrechenbar. Ärgerlich sind zwei Dinge. Kleinanleger müssen erst den Sparerfreibetrag ausschöpfen, bevor sie die ausländischen Quellensteuern anrechnen können. Zudem wird der Quellensteuerdopf auf jeden Fall am Jahresende auf Null zurückgesetzt. Ein Guthaben kann nicht in die folgenden Jahre vorgetragen werden. Die bisher besprochenen Verlustverrechnungsdöpfe, Aktien und Sonstige, sowie der Quellensteuerdopf, werden alle bereits automatisch von der Bank oder dem Broker, bei dem man das Depot hat, verwaltet. Kapitalertragsteuern und Solidaritätszuschlag und gegebenenfalls die Kirchensteuer werden von der Bank abgeführt. Ihr müsst nichts mehr in der Steuererklärung angeben. Ausnahme, ihr seid kirchensteuerpflichtig und lasst die Kirchensteuer nicht über die Bank abrechnen. Dennoch gibt es Fälle, in denen es Sinn ergibt, die Erträge dennoch in der Steuererklärung anzugeben. Stichwort ist hier die günstige Prüfung und die depotübergreifende Verrechnung. Aber das soll heute hier nicht das Thema sein. Anders bei den nächsten beiden Verrechnungsdöpfen, denen für wertlose Wirtschaftsgüter, also Totalverluste, die wertlos aus dem Depot ausgebucht wurden und ab dem 01.01.2009 angeschafft worden sind, und Termingeschäften. Bei denen muss eine Verrechnung zwangsläufig über die Steuererklärung erfolgen. Das hängt damit zusammen, dass in beiden Töpfen pro Jahr nur jeweils 20.000 Euro pro Steuerpflichtigen an Verlusten verrechnet werden dürfen. Würde die Verrechnung bei der Bank erfolgen, könnte die Schwelle umgangen werden. Verluste, die in einem Jahr nicht verrechnet werden können, werden in diesen beiden Töpfen ins nächste Jahr vorgetragen. Und dann gilt wieder der Höchstbetrag von 20.000 Euro pro Jahr. Interessant dabei, Totalverluste dürfen nun gegen alle anderen Gewinne aus Kapitalvermögen verrechnet werden, nicht nur gegen Aktienkursgewinne. Daher kann es durchaus manchmal sinnvoll sein, Aktien wertlos ausbuchen zu lassen, falls man keine Aktienkursgewinne zum Gegenrechnen hat, weil man zum Beispiel nach einem Schiffbruch wie mit Wirecard nur noch in ETFs investiert. Zum ersten Mal greift in diesem Jahr die Verlustverrechnungsbeschränkung für Termingeschäfte. Verluste aus Termingeschäften können nur mit Gewinnen aus Termingeschäften und mit Einkünften aus Stillhalterprämien ausgeglichen werden. Wichtig ist hierbei die Definition von Termingeschäften. Neben Optionen und Futures, die an Terminbörsen wie der Eurex gehandelt werden, zählen auch CFDs, also Contracts for Difference, zu den Termingeschäften. Nachdem Anleger mit CFDs ohnehin schon selten bei Saldo Gewinne erzielen, ist meiner Ansicht nach die steuerliche Behandlung das Aus für dieses Produkt, da über alle Transaktionen eines Jahres hinweg recht schnell die Begrenzung von 20.000 Euro erreicht werden kann, da es sich bei CFDs vornehmlich um kurzfristige Transaktionen handelt und oft eben viele Geschäfte getätigt werden. Häufig ist es eben so, dass dann viele Gewinne und Verluste miteinander verrechnet werden und damit eben schnell die Grenze von 20.000 Euro bei der Verlustverrechnung überschritten wird, man am Ende Gewinne noch versteuern muss, ohne Verluste gegenrechnen zu dürfen. Nachdem wir nun gesehen haben, wie die Verlustverrechnungsdöpfe funktionieren und was womit verrechnet werden darf, bleibt die Frage, ob das Ganze so bleiben wird. Denn der Bundesfinanzhof hält die Regelung, dass eben Aktienverluste nur beschränkt verrechnet werden dürfen, für verfassungswidrig. Er hat das Ganze ans Bundesverfassungsgericht verwiesen, das Ganze war glaube ich im Juni diesen Jahres, das heißt, bis dort eine Entscheidung kommt, wird noch einige Zeit vergehen. Einige meinen, wenn die Verlustverrechnungsbeschränkung bei Aktiengeschäften verfassungswidrig ist, könnte das Ganze auch die anderen beiden Döpfe, also die wertlosen Wirtschaftsgüter und die Termingeschäfte betreffen. Im Moment gilt diese Regelung noch, es kann aber sein, dass es hier irgendwann nach einem Urteil des Bundesverfassungsgerichts zu einer Neuregelung kommt. Alle steuerlichen Themen im Zusammenhang mit der Kapitalanlage findet ihr zusammengefasst bei mir in einer Playlist, und zwar Steuern für Börsianer heißt die. Schaut sie euch an, dann sind die meisten Fragen im Zusammenhang mit Wertpapieren und Steuern beantwortet. Viel Spaß dabei, bis zum nächsten Video. Tschüss und auf Wiedersehen.